Wer hätte das gedacht? Tom Kaulitz ist ein großer Fan der britischen Royals. In seinem Podcast Kaulitz Hills Senf aus Hollywood zeigt der Musiker seine Begeisterung für König Charles, Prinz William und Co. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Bill plaudert er über das Leben im Buckingham Palace. Die haben das tollste Porzellan der Welt. Und Schmuck, die Einrichtung, die Zigarren. Alles, was die da drin haben, schwärmt Tom. Besonders die kulinarischen Genüsse im Palast haben es ihm angetan. Was meinst du, wie toll es da drin schmeckt? Der Service muss top sein. Und der Tee, träumt der Tokio-Hotelstar. Dass ausgerechnet der rockige Tom ein Royal-Fan ist, überrascht viele. Doch wie findet er es wohl, dass seine Ehefrau Heidi Klum ohne ihn mit Prinz William speiste? Anlässlich des Earthshot Prize reiste das Modell nach Südafrika und traf dort den Prinzen persönlich. Die beiden verstanden sich blendend und hatten sichtlich Spaß. Seit 2019 sind Heidi und Tom glücklich verheiratet und zeigen ihre Liebe oft in den sozialen Medien. Zu ihrem Hochzeitstag fand die 51-Jährige liebevolle Worte für ihren Mann. Ich könnte mir keinen besseren wünschen. Eifersucht kommt da wohl nicht auf. Höchstens ein wenig Neid, dass er nicht selbst mit dem Prinzen dinieren konnte. Vielleicht erfüllt sich Tom ja bald sein Traum und er darf einmal hinter die Palastmauern blicken.